Hallo und herzlich willkommen zurück zu Faktor 3, ich bin's wieder hier, Loth9680, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, FUNKTÜRME! Das hat sich in dieser Folge bisher auch noch nicht geändert, weil Funktürme sind eben gerade doch ziemlich geil, wir brauchen aber nur noch drei Stück. Dann haben wir alle Funktürme frei und wir können ja mal kurz nachgucken, bei dem Handbuch steht ja drinnen, wenn wir alle Funktürme haben, kriegen wir eine einzigartige Waffe und auf die habe ich es jetzt abgesehen. Auf die habe ich es jetzt abgesehen, aber so richtig, deswegen fangen wir mit dem Funkturm an, arbeiten uns dann hier zack hoch, der ist in dieser Richtung. Das heißt, Jump und Winx Uuut, Winx Uuut, Winx Uuut, so ganz stylisch, um die Ballen drumherum und dran vorbei, am besten Willst du so eine Sonnenbrille auf, die ich jetzt aber nicht aufsetze, oh, da vorne sieht es auch schon wieder, ein Wagen, ein Wagen, ein Wagen, ein Wagen, ein Wagen wäre natürlich geil, aber wie fliege ich erst mal bis zu dem Dorf darunter, what the fuck, ey, der Winx Uuut ist ein Wagen. Einfach nur OP, OP wie sonst was. So, schon sind wir da, haben gut was von der Strecke weggemacht, ne, von tausend Metern haben wir tausend Meter gemacht, so in etwa. Von tausend Metern haben wir tausend Meter gemacht, äh, ja, jetzt wird es mir los, ey. So geile Sprüche habe ich ja schon länger nicht mehr abgelassen, eigentlich nie. Äh, so, ein kleines Bödlein noch. Einfach mal schnappen, um die Artenvielfalt hier nochmal zu haben. In diese Richtung. Ein Auto wäre mir natürlich eben gerade lieber. Oh, wie geil ist das denn? Da ist eine Brücke hochgefahren, da kann man rüberspringen. Oh, sexy, sexy. Warte mal, warte mal, wenn ich das jetzt betrete, bin ich am Arsch, oder? Ja, bin ich am Arsch. Das ist Sperrgebiet für die Söldner. Warum ist das Sperrgebiet für die Söldner? Weil das... Alles klar. Ist da ein Tier drin, ne? Ne, ne? Zabam. Zabam. Ja, jetzt haben sie mich wieder gesehen, aber ist mir egal. Okay, ist mir nicht egal. Alter, was machst du denn hier vor mir? Geh mal weg. Geh mal weg, Kollege. Oh, ey, komm. Geh weg, geh weg, Olo. Geh weg. Geh weg, ich hasse dich. Du hältst viel zu viel aus. What the fuck, Alter? Wie viel fucking Schuss bräuchte ich denn noch? Zwei Magazine da reingeballert. In den Ollen. Was zur Hölle. Oh, was zur... Alter. Ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Von euch wie von mir. So ist schon besser. So ist schon etwas besser. Hinter mir ist noch einer? Nein, doch nicht. Dafür sind sie alle vor mir. So. Ist gut, dass ihr von Norden kommt. Die sind echt... Die treffen verdammt gut. Gut, ich stehe hier auch reichlich bescheiden. Aber ich will das Lager jetzt auch freischalten. Wo denn? Oh, von da ganz hinten. Und der trifft mich andauernd. Fuck. Jo. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt schon von Hand verbinden. Toll. Das läuft nicht ganz so, wie ich es geplant hatte. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Das läuft ganz und gar nicht so, wie ich es geplant hatte. Einmal bitte heilen. Ja, ist klar. So. Da kommen nochmal zwei angelaufen. Ich muss... Anders kann ich mich denen nicht erwehren. Geht weg. Geht weg. Ihr steht genau auf der anderen Seite. Bleibt da bitte noch ein paar Sekunden. Ich muss mir hier noch ein paar Splitter rausziehen. Dankeschön. Ich hasse diese großen Typen. Die sind so scheiße. Boah, sind die ein Abfuck, ey. So. Erstes Alarmsignal ausgeschaltet. Zweites Alarmsignal ausgeschaltet. Dann kommt ja auch keine... ...Verstärkung mehr. Alter Vater, ey. Die zielen aber auch wie die jungen Weltmeister. Ernsthaft. Das ist echt krass. Das ist echt abartig krass. Habe ich jetzt endlich immer das Lager frei? Dankeschön. Wie soll man das denn machen, ohne entdeckt zu werden? Das ist ja... Das ist... Wow. Wow. Das hat mich jetzt aber auch einiges gekostet, ey. Dafür stehen wir kurz vorm Level ab. Ne. Du bist gar nicht der Mann. Du bist sowas von gar nicht der Mann. Gut, damit haben wir jetzt aber dafür gesorgt, dass... ...dass die Leute hier schon mal ein bisschen Fuß gefasst haben. Mit frischem Fisch. Und wir echt viel verballert haben. What the fuck? Gut, ich habe mich jetzt auch nicht unbedingt klug angestellt. Ich wollte einfach nur gucken, was passiert. Ähm. Ich weiß jetzt, was passiert. Und ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir hier echt sehr, sehr viel Spaß haben werden. Wo ist denn der scheiß Eingang? Noch nicht da, Jör, wa? Ja, meine Schwester. Ähm. Wo ist der Eingang? Ich will in das Gebäude rein. Dankeschön. Und meistens liegen ja hier noch USB-Karten rum. Die hätte ich ganz gerne. Wie zum Beispiel... Gar keine. Auch gut. Auch gut. Dann gibt es seitdem gar keine. So, für 300 Schuss holen wir uns erstmal neu. Schnellverkauf. Weg damit. Alles klar. Ich hätte ganz gerne noch Konsumartikel. Neuen Körperpanzer. Wundervoll. Damit brauchen wir, glaube ich, nur noch ein Körperpanzer. Kann das sein? Kommt das hin? Ne. Gut. Wir brauchen keine Körperpanzer mehr kaufen. Sehr schön. Oh. Wunderherrlich. Wunderherrlich. Ja, ja. Wenn ich auf die Idee komme, ne? Da. Grünes Blatt. Nur noch zwei grüne Blätter? Wollen wir euch nur noch zwei grüne Blätter? Sekunde mal. Wir werden jetzt... Ich werde jetzt was anderes machen. Das wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber das ist mir, ehrlich gesagt, egal. Aber mir geht das so ein bisschen auf den Keks, dass ich hier 45 Millionen Sachen mit mir rumtrage. Besonders Blätter, die ich niemals im Leben benutze. Wenn ich Enter drücke, komme ich da rein und... Okay. So. So beschleunigen wir das doch. So. Einfach die Enter-Taste bashen, die Maus an der richtigen Position haben. Dann macht er das auch. Wir brauchen nämlich das ganze Zeug hier gar nicht mehr, was wir hier haben. Gibt ja auch ein bisschen Kleingeld. Minimal zwar, aber ist besser als nix. So sind wir auch mal die ganzen Fälle los. Und das letzte kaminrote Blatt. So. Grüne Blätter brauche ich en masse. Das heißt, grüne Blätter werde ich demnächst jetzt auch wieder mitnehmen. Sodass wir uns hier vernünftig heilen können. 400 Meter. This way. Wir nehmen Straße. Warum nehmen wir Straße? Ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich auf der Straße einfach sicher. Was zum Geier ist das denn? Ja. Eine Badewanne stand im Wehen. Geil. Geil, 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 geil. Wo ist denn? Wo ist denn? Hier ist schön, wenn der... Ach da. Na, die Straße führt auch direkt nach oben. Die ich nehmen wollte. Sehr geil, sehr geil. Ah, komm, fahr mal querfelder ein. Direkt. Einfach ganz direkt drauf zu. Und kurz vorher ist so eine Schlucht, wo ich jetzt gleich... ...unterstürzen werde. Nein, ist keine Schlucht. Glück gehabt. Na ihr? Wie geht's euch? Hm. Ja, nicht nur du. Nicht nur du kommst da so vor. So. So. Zack. Hör doch auf, diese Kisten so komisch hochzuklettern. Das tut doch nicht Not. Ähm. Abgekürzt. Um wieder runterzufallen. Ja, alles klar. Gut. Dann nehmen wir den normalen Weg. Der ist genauso schnell. Sogar schneller. Wenn man da nicht oben rumfällt. Failed. Dann waren's gleich auch nur noch zwei Funktürmchen. Und wir haben das erste Lager hier eingenommen. Das freut mich. Da freu ich mich eigentlich drüber. Besonders cool ist, wenn wir den hier eingenommen haben. Dann haben wir auch gleichzeitig wieder ein Level-Up. Ähm. Wo geht's am besten lang? Da geht's am besten lang. Da geht es am besten lang. Sehr schön. Was mich wundert ist, dass heute kein Bild von mir hat. Das verstehe ich irgendwie immer noch nicht. Wo soll ich denn jetzt... Da kamen wir her. Wenn ich jetzt da runtergehe, ist doch Blödsinn, oder nicht? Nein, ist kein Blödsinn. Gut. Ja, also mittlerweile muss man sich hier schon dreimal überlegen, welchen Weg man wie wählt. Weil, äh, jeder falsche Schritt, der falsche Schritt sein könnte. Beziehungsweise uns in die falsche Richtung führen könnte. Oh, diese Lichteffekte. Diese Lichteffekte. Eine kubanische Zigarre zur Belohnung. Dass wir es hier hoch geschafft haben. Ist doch auch mal ganz nett. Wir haben aber immer noch jede Menge zu tun. Wir müssen noch Relikte finden. Ohne Ende. Die will ich haben. Wir müssen Briefe finden ohne Ende. Will ich haben. Und, jetzt kommt das Entschreckende für euch wahrscheinlich. Will ich haben, bevor ich die letzte Mission erledige. Weil, neue Waffen und so. Neue Waffen sind geil. Und so. So, und damit dürfen wir in dem Bereich weitergehen. Der Bereich ist dort hinten gelegen. Erstmal haben wir wieder den Fertigkeitspunkt, den ich haben wollte. Den durchgehüften Umgang mit dem Kauzerpanzer absolut nicht mehr 50% mehr Schaden. Ja, bitte. Als nächstes noch teilweise gelehrte Gesundheitsförderregeln werden sie sich 100% schadeller. Ähm. Ja. Wingshut, Action, Go. Ich hoffe, dass ich das Gebiet da unten betreten darf. Wenn nicht, würde ich mich leicht, sehr, verarscht fühlen. Beziehungsweise, das Gebiet soll ich auch einnehmen? Was zum Geier... Was, 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 was... Hallo? Äh. Was zur Hölle? W-w-w-was? Was zur Geier? Geh mal auf den Fahrersitz, ja. Äh. Hä? Was war das denn jetzt? Ich darf da nicht rein. Ich kann da nicht reinfliegen. Ich hab nicht weggedrückt, oder so. Ich bin... Ich... Da ist eine unsichtbare Wand. Die hat mich einfach weggetragen. Das ist so geil. Wie bescheuert ist das denn? Anscheinend ist das die letzte Festung. Das nehme ich jetzt mal spontan an, weil das Ding ist echt gut gesichert. Ne? Um da reinzukommen, da brauchst du schon... Da brauchst du einiges, würde ich sagen. Da gehst du nicht mal eben so rein spaziert. Zumindest sieht es nicht danach aus. Äh. Wenn wir Glück haben und ich mich nicht doof verhalte... Dürften wir auch gleich noch den nächsten Funkturm hier mit in die Folge reinpacken können. Aber die Musik ist so... Wie so... Warum? Warum? Warum habt ihr alle hier so komische Sender? Mann, Mann, Mann. So ein bisschen... Wisst ihr, was cool ist? Hätte der... Hätte den Musiksender auch gut getan. Äh... Links. Ich hoffe, die Entscheidung war richtig. Es fühlt sich aber nicht schlecht an. Ach, da ist schon wieder so ein blödes Södenanlager direkt daneben. Ja, aber die Entscheidung war richtig. Die Entscheidung war richtig. Aber sowas von richtig. So. Schnell auf den Funkturm. Ja, genau. Schnell auf den Funkturm die Leiter verfehlen. Södle... 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 So. Äh. Da möchten wir gerne um. So. Haben wir den Anfang... Vom Ende. Was ist denn so eines Wortes, ja? Drehst du dich um und, äh... Denkst du erst mal so... Kein Weg. Ah, okay. Balanceakt. Auch kein Problem. Auch kein Problem. Alles kein Problem hier. Für Jason ist nichts ein Problem im Grade. Der macht das alles nackig, wenn es sein muss. Ja, sind wir voll. Boah, danke der Nachfrage. Danke der versuchten... War klar. Es war so klar. Es war so klar. Da ist so eine Idee, wo es lang gehen könnte. Und vielleicht ist es auch die richtige Idee. Okay, aber... Keine Ahnung, wie wir hierhin kommen sollen. So. Ähm. Hä? Ich muss da drauf. Ich muss da außen drauf. Ist nur die Frage, wie? Wie soll ich denn drauf? Da sind wir hochgekommen. Hier sind wir lang. Was soll so ein Scheiß? Mal ernsthaft. Was soll das? Was... Was... Was soll das? Das macht null Laune, wenn man sowas hinkriegt. Okay, ich versuche den... In der nächsten Folge den Funkturm zu holen. Ich bin euer Lund986. Bis dann.